Musik Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Lounge Nala. Ich bin Stella. Und ich bin Verena. Und wir freuen uns heute sehr, euch unseren heutigen Gast präsentieren zu dürfen. Er war als Dozent und Lehrer lang in den Universitäten unterwegs. Mittlerweile arbeitet er als Kabarettist, als Moderator und als Autor und als Büttenreder im Kölner Karneval. Einen herzlichen Applaus für Volker Weininger. Ja, Herr Weininger, schön, dass Sie da sind. Vorab dürfen wir Sie duzen? Gerne. Okay, dann sage ich jetzt Volker abjetzt. Wir stellen am Anfang unseren Gästen immer die P-Frage, weil es heißt bei uns ja Lounge Nala für P-People. Menschen, die plaudern können. Ja, da bin ich schon ein bisschen über den Titel gewundert. Es wird jetzt Sinn machen. Wir haben nämlich oben auf dem Screen einige P-Adjektive aufgelistet. Und wir würden dich jetzt einfach mal bitten, dir zwei auszusuchen und auch zu sagen, warum du die dir ausgesucht hast. Ich liebe es ein bisschen. Ich höre aber viele. Da würde ich doch mal... Da gibt es jetzt so oft Anhieb. Ne, sie sind einfach die größten sonst. Keins davon, mit denen du dich ein bisschen identifizieren könntest. Na, im Moment würde ja planlos ganz gut passen. Zum Beispiel. Das ist ja schon mein Anfang. Und ansonsten weiß ich es gar nicht so. Sonst belassen wir es nicht. Ja, nehmen wir doch mal bei Planung. Du nehmen wir Planung aus. Ja, gut. Dann kommen wir zu unserer ersten Frage. Als ehemaliger Dozent und Lehrer warst du ja viel in Schulen und Unis unterwegs. Wie fühlt es sich jetzt an, mal wieder in der Uni zu sein? Also, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich aufgehört habe mit Unterrichten. Ich habe wirklich, also ich habe auf Lehramt studiert, Deutsch und Englisch und habe dann ganz lange an verschiedenen Hochschulen im Rheinland. In Bonn habe ich unterrichtet, in St. Augustin und in Bad Honnef. Da gibt es auch so eine private Fachhochschule. Und deswegen ist mir das jetzt gar nicht so unbekannt, da nochmal vor Studis zu sitzen. Also, es fühlt sich gar nicht so neu an eigentlich. Und verarbeitest du dann eher die Erfahrungen, die du als Volker in der Schule gemacht hast oder die du als Herr Weininger als Dozent gemacht hast? Sowohl als auch. Also, da geht es schon auch um Erfahrungen, die ich selber in der Schule gemacht habe, aber auch um Dinge, die ich als Dozent erlebt habe. Aber das ist jetzt auch nicht so ein klassisches Lehrerprogramm, wo ich mich jetzt als Lehrer da hinstelle und da vorne sitzt meine Klasse, sondern ich erzähle das schon als Volker. Aber da fließen natürlich die ganzen Erfahrungen auf beiden Seiten der Front mit ein. Gibt es da denn eine Anekdote, die du uns irgendwie spontan erzählen kannst, als Schüler oder als Lehrer, die besonders oder die auch in deinem Programm vorkommen, die besonders lustig war? Naja, also ich habe ja wie gesagt, ich habe auf Lehramt studiert und bin dann während des Studiums für ein Jahr als Aushilfslehrer nach England gegangen, um da Deutsch zu unterrichten. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, nicht Lehrer zu werden, weil da hat mich dann wirklich die Praxis traumatisiert, weil die Kinder, die Schüler, die hatten null Bock da drauf. Und die haben wirklich, das hört sich immer übertrieben an, aber die haben wirklich mitten in meinem Unterricht den kompletten Parkettfußboden auseinandergenommen und fein säuberlich wieder neben der Heizung aufgestapelt. Und da habe ich mir gedacht, ach, er zieht eure Kinder allein. Okay, das kann man dann natürlich verstehen. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, zu unseren vier Fragen. Da stellen wir unseren Gästen immer die gleichen vier Fragen. Und die erste ist, was kann niemand besser als du? Was kann niemand besser als ich? Genau. Was kann niemand besser als ich? Oh, dass ich glaube, auf der Bühne viel Bier in kurzer Zeit zieht. Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal was, oder? Das kann nicht jeder, genau. Was oder wer wolltest du werden, als du noch ein Kind warst? Arzt. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich kein Blut sägen kann. Und dann war ich pfiffig genug, um zu merken, das wird nichts. Hast du das denn gemerkt kurz vor dem Studium? Nein, dass ich kein Blut sägen konnte, ist mir deutlich früher aufgefallen. Gut, was hat dich tief bewegt? Oh, ähm... Naja, das sind dann meistens private Momente eigentlich, die einen dann tief bewegt haben. Also als unser Sohn geboren wurde, das hat mich nicht kalt gelassen. Gut, und die letzte Frage, die man auch gerne in Bewerbungsgesprächen dann mal hört, wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? Das ist in der Tat eine Frage, die ich aus Bewerbungsgesprächen nicht kenne, weil ich mein ganzes Leben noch kein einziges gemacht habe. Ja, ich hoffe, da wo ich jetzt auch bin, dass ich auf der Bühne bin und dass das alles ganz gut läuft, da würde ich mich freuen. Dann würden wir dann auch gerne mal auf deinen Beruf als Kabarettist an sich aufzusprechen kommen. Vielen Kabarettisten ist es ja immer sehr wichtig, dass sie nicht als Komiker oder neudeutsche Comedian bezeichnet werden. Warum ist das so und warum bist du immer Kabarettist? Nein, dann unterstellst du mir ja direkt schon, dass ich gar nicht als Comedian bezeichnet werden möchte. Also prinzipiell finde ich, bin ja jetzt nicht so ein großer Fan davon, Leute in Schubladen reinzustecken, aber viele Leute denken in Schubladen halt. Und ich finde, man kann das, gerade diesen Unterschied zwischen Comedy und Kabarett kann man eh nicht so klar ziehen, die Grenze. Vielleicht, es gibt diesen alten Spruch, der Comedian macht's wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes, aber das ist natürlich Quatsch und ich finde, man kann das nicht klar voneinander trennen und ich sehe mich da durchaus auch als Grenzgänger zum Teil zwischen beiden Sachen. Wenn man jetzt sagt, dass man schon einen gewissen Anspruch hat, auch was transportieren zu wollen, dann wäre ich wahrscheinlich eher Kabarettist, weil es gibt da schon ein paar Dinge, die ich ganz gerne den Leuten auch mit auf den Weg geben möchte. Deswegen würde ich mich dann eher als Kabarettist bezeichnen, aber wenn mich jemand als Komiker bezeichnet oder als Comedian, dann ist mir das genauso recht. Hast du denn so ein peinlichstes Bühnenerlebnis, so unangenehmstes Bühnenerlebnis, was du uns vielleicht erzählen konntest? Na logo. Die gibt es ja wahrscheinlich immer. Das hat jeder. Also ich kann mich noch erinnern, das ist aber noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war vorletztes Jahr war das. Da war ich eingeladen in Thüringen. Das war in so einem Landgasthaus und da gab es zwei Abende hintereinander Comedy. Und ich war da auch das Jahr vorher schon mal gewesen und das war total gut. Da habe ich mich auch darauf gefreut. Jetzt hat der Mann, der Veranstalter, mir aber nicht gesagt, dass es kein normales Publikum war an den beiden Abenden, sondern jeweils Weihnachtsfeiern. Und Weihnachtsfeiern sind problematisch, weil bei der Weihnachtsfeier geht der Mensch auf eine Weihnachtsfeier und nicht, um da vorne jemandem zuzuhören. Und jetzt war das an dem ersten Abend so. Das war auch nicht nur eine Weihnachtsfeier, sondern mehrere zusammen in diesem Saal. Die wussten auch nicht, dass da irgendwas stattfindet, außer Weihnachtsfeier. Und es war die örtliche Freiwillige Feuerwehr und die örtliche Baufirma. Und die hatten null Bock auf das, was da auf der Bühne passiert ist. Und dann kam dann auch wirklich mitten, erst in der ersten Halbzeit war das sogar noch, kam da so ein älterer Mann mit seinem Bier zu mir nach vorne an die Bühne und sagte, bist du aber zu Hause haben wir einen Fernseher, den können wir wenigstens ausschalten. Das war gemein. Ja, das war nicht nett. Da geht man auch nicht entspannt in so eine Pause rein dann. Aber du hast es trotzdem durchgezogen. Ja, ja, aber nicht mit Freude. Nee. Dann wollen wir jetzt zum Schluss noch eine schnelle Runde mit dir machen. Das sind entweder oder Fragen. Das heißt, wir stellen dir jeweils eine Frage mit zwei Alternativen und du musst dich für einen entscheiden. Okay. Das soll eine schnelle Runde sein, also möglichst impulsig. Also nicht wie bei den Fragen, sonst klappt das nicht. Jetzt geht's ratzfass. Genau, los geht's. Einmal die Langsatz Arena füllen oder jeden kleinen Auftritt vor ausverkauftem Haus spielen. Kleiner Auftritt, ausverkauftes Haus. Im Alter lieber ohne Haare oder ohne Zähne? Haare. Karneval in Bonn in der Heimatstadt oder Karneval in Köln? Ja, das schneiden wir raus. Wie kann man für immer vegan essen oder jeden Tag Mattiegel? Oh, Mattiegel. Hauptsache oder Treppe? Treppe. Sportlich. Ja, dann vielen Dank. Ja, wir freuen uns, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass ihr alle da wart und wir wünschen euch heute Abend ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und? Wenn man heute auch mal sehen will, den Action. Dann könnt ihr das auch machen und zwar am 27.02. nächsten Jahres im Pantheon in Bonn. Und vielleicht kommen dann ja einige von unseren Studenten schon wieder zu. Genau, wir würden uns auch freuen dann. Applaus 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 Applaus